Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mengenlehre. Heute mit einem wichtigen Thema, gar nicht mal unbedingt das kathesische Produkt, sondern wie das Ganze eigentlich definiert wird. Denn wir arbeiten heute mit variablen Anzahlen von Mengen. Das ist ein bisschen kompliziert, da so mal sein Gehirn drüber zu stülpen, ja. Aber es funktioniert. Ich will euch da ganz, ganz vorsichtig ranführen, okay. Das heißt, gerne auch mehrfach angucken, das hilft hierbei unfassbar hart. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die Definition von diesem kathesischen Produkt an. Für die Informatiker unter euch wird das am Ende hoffentlich vertraut sein mit einer gewissen Funktion. Ihr dürft mir, wenn ihr verstanden habt, welche Funktion ich hiermit meine, zum Beispiel in Python, dann könnt ihr mir die einfach mal ganz gerne unten hinschreiben. Es gibt da eine Funktion, die genau dieses kathesische Produkt macht. Finde ich super lustig. Okay, also, das kathesische Produkt ist definiert über eine beliebige Anzahl an Mengen. Wir nennen die hier A1, A2 und so weiter bis AN. Und das Zeichen für das kathesische Produkt ist dieses X. Jetzt wird es schwierig. Also, das heißt, diese Definition gilt für zwei Mengen A1, A2. Dann fällt der Teil hier hinten einfach weg. Es können aber auch drei Mengen sein. A1, A1, A2, A3. Das soll eben durch diese drei Punkte hier verdeutlicht werden. Vier Mengen. A1, A2, A3, A4. Fünf, sechs, sieben, zehntausend Mengen. Ihr wisst es nicht genau. Die Definition. Der Definition an sich ist erstmal egal, wie viele Mengen ihr hier verkathesisch produktiert. Das ist völlig egal für diese Definition. Und das ist das Besondere hierbei. Wir arbeiten sehr, sehr häufig mit einer variablen Anzahl an Dingen. In dem Fall an Mengen. Wir haben beliebig viele Mengen. Okay, über diese N Mengen. Also, es gibt insgesamt eine Anzahl von N Mengen. Anzahlen werden irgendwie immer in N und M abgekürzt in der Mathematik. Schaut hierbei hier drauf, falls meine Aussprache nicht deutlich genug ist. Ich versuche das an sich schon so zu machen. Okay, also, das ist definiert als A1, X, A2, X und so weiter, X, A, N. Ist definiert als eine Menge, das sind diese geschreiften Klammern, eine Menge aus A1, also klein A1, A2 bis hin zu A, N. Und die in runden Klammern, das bedeutet so eine Art Tupel. Ja, nur ein Tupel ist eigentlich ein Tupel. So, und für diese kleinen A1, die kennen wir ja noch nicht. Diese kleinen A1, A2 und so weiter, für die muss folgendes gelten. A, I soll Element sein von Groß A, I für alle I zwischen 1, 2 und N. Wow. Okay, das ist jetzt eure erste komplexe, also wirklich komplexe mathematische Definition. Lasst mich da nochmal schön drüber gehen. Ja, wir definieren für die A1, für die kleinen A1, A2 bis hin zu A, N, dass sie innerhalb von Groß A1, A2 und so weiter sein sollen. Das heißt, diese Is hier, die wir hier drin haben, diese Is, müssen gleich sein für das kleine A und das große A. Das schreiben wir hier hinten. Die Is sind nicht, also hier steht nicht 1 und hier 2, sondern wenn hier 1 steht, steht auch hier 1. Das ist quasi auch eine Variable in dem Index hier. Und dieser Index besagt, wir wollen das festhalten für die Anzahl an Mengen, die wir haben. Ihr erinnert euch, N ist die Anzahl an Mengen, die wir hier oben festgelegt haben. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, zwei Mengen haben, dann haben wir hier nur A1, also klein A1 und klein A2. Alles andere gibt es hier nicht. Und für klein A1 gilt, dass es in Groß A1 drin ist, also in unserer ersten Menge. Und für klein A2 gilt, es muss in Groß A2 drin sein. Und das im Endeffekt für jedes Element. Das heißt, hier drin steht, ich kann jedes Element aus A1 nehmen und es mit jedem Element aus A2 kreuzen. Aber ich darf die Reihenfolge dieser beiden Mengen nicht verändern. Wow, okay, also lasst uns das mal wirklich an einem Beispiel angucken. Wir arbeiten hier jetzt nur mit zwei Mengen. Das macht die Sache deutlich einfacher. Und zwar haben wir hier die beiden Mengen A und B. Ich habe sie jetzt tatsächlich nicht A1 und A2 genannt, damit wir ein bisschen deutlicher sehen, dass es auf die Reihenfolge ankommt. So, weil die Namen A1, A2, das sind einfach nur Namen für Mengen. Da kann auch A, B, C, D stehen. Nur dann sind wir nach Z irgendwie aufgeschmissen. Und wir könnten zigtausende Mengen haben. Deswegen reicht uns da die Buchstaben nicht. Deswegen nehmen wir Ns. Okay, und die wollen wir jetzt verixen. Ja, das kathesische Produkt ist über dieses X definiert. Und wir wollen die eben zusammen verixen. Raus kommt selbstverständlich die Menge, große Menge hier, A, X, B oder A, kathesisches Produkt B. Und das ist das, was wir hier drin haben wollen. Also, was kommt hier rein? Nun, wir haben gesagt, wir können jedes Element aus A nehmen. Also, aus unserer ersten Menge, oder aus A1, aus unserer ersten Menge nehmen. Das ist die Menge, die vorne steht. Das sehen wir hier. Und dahinter, wir bauen quasi immer Tupel. Ja, also Mengen, oder so zwei Einheiten, Dinger. Ja, und hinten stehen immer die aus B. Das heißt, vorne muss immer 42 oder 1337 stehen. Was anderes ist nicht möglich, weil das erste Element muss ja aus unserer ersten Menge sein. Die Menge, die vorne steht. Also, A muss das erste Element liefern. Und hinten darf die zweite Menge stehen. Leere Menge ist also nicht wirklich möglich, weil, naja, da ist eben nichts drin. Also, wir haben vier Möglichkeiten, um genau zu sein. Und zwar diese vier. Und das schauen wir uns einmal ganz kurz an. Wir haben ein A1 aus der ersten Menge. Ja gut, also wir nehmen die 42 aus der A-Menge. Also, das ist das erste Element aus unserer Menge A. Dann haben wir dieses und dieses schon mal vorne, ist okay. Dann haben wir aber noch eine zweite Zahl, nämlich 1337. Und die darf auch vorne stehen. Das sind die einzigen beiden Elemente, die vorne stehen dürfen. Und deswegen haben wir hier unten nochmal zwei Elemente mit 1337. Für das zweite Element, und mehr als zwei Mengen haben wir ja nicht. Das heißt, dieses Punkt, Punkt, Punkt und A-N fällt raus. Für das zweite Element hier in diesen runden Klammern, also in diesem Tupel, gilt, es muss aus B sein. Weil A, X, B. Das heißt, wir können hier einfach festlegen, ja gut, die 1 darf drin sein, das sind die beiden hier. Und die 2 darf drin sein, das sind die beiden hier. Und jetzt darf ich die egal wie miteinander kreuzen. Das heißt, ich darf die 42 vorne stehen haben und die 1 hinten. Ich darf die 42 vorne und die 2 hinten haben. Genauso gut kann ich aber die 1337 vorne stehen haben und jeweils 1 oder 2 hinten. Ich darf alle möglichen Kombinationen aus diesen beiden Mengen bauen. Aber wichtig ist eben, dass das erste Element, A1, aus meiner vordersten Menge stammt und nicht irgendwie vermischt wird. So, jetzt kann es aber natürlich sein, dass in meiner Menge A auch eine 1 drin ist. Das macht aber nichts, das ist auch in Ordnung. Dann habe ich hier eben 1,1 und 1,2 noch zusätzlich drin. Das geht. Das muss nur in A drin sein. Wichtig ist hier aber, es kommt nicht auf die Reihenfolge von diesen großen Elementen an. Also, ob ich jetzt 42,1, 42,2, dann das und dann das habe, ist egal. Ich kann auch genauso gut hinten anfangen hier zu zählen. Es ist immer noch eine Menge. Und innerhalb der Menge ist bei den Elementen egal, wie rum ich zähle. Es kommt nur jetzt diese, diese Elemente, die müssen genau so geordnet sein. Bei denen ist die Reihenfolge nicht egal. Gucken wir gleich nochmal drauf. Es gibt noch eine besondere Schreibweise, die ich hier auch kurz erwähnen möchte. Und zwar die Potenzschreibweise. Es kann nämlich auch vorkommen, dass meine Menge, die ich hier verkathesisch produziere, dass die dieselben sind. Das heißt, ich kann AXA bilden. Das würde gehen. Und dann habe ich eben A² gebaut. Das heißt, ich habe aus einer Menge sozusagen, ähm, naja, meine Menge mal meine Menge gemacht. Das geht und das schreiben wir eben als A hoch N für N Mengen. Dann habe ich A1 gleich A2 gleich A3 gleich und so weiter und so fort. In meinem Beispiel wäre es A² gewesen, also A hoch 2. Kann aber so häufig passieren, wie ich möchte. Ich kann A beliebig oft mit sich selber produzieren. Und ja, das geht selbstverständlich. Und dazu gibt es auch noch einen Satz, den man sich eventuell merken sollte. Und zwar auch wieder hier auf diese Definition bezogen. Wenn wir eine Menge A1 haben mit N1 Elementen, also in unserem Fall 2 Elementen, und eine Menge A2, wir haben sie hier unten B genannt, mit N2 Elementen, also auch hier die Elemente zählen, das sind 2 in dem Fall, dann besitzt das kartesische Produkt genau N1 mal N2 Elemente. Ähm, das ist ein Satz, der relativ leicht zu beweisen ist, ähm, machen wir aber auch, wenn wir die Beweistechniken haben. Und im Endeffekt könnt ihr erstmal davon ausgehen, wir schreiben ja jede Zahl einmal vorn hin und wir schreiben hier jede Zahl einmal hinten, so kann man sich das logisch herleiten, wieso das N1 mal N2 Elemente sind, also in unserem Fall 4. Weil 2 mal vorne, 2 mal hinten, 2 mal 2, ja. Okay. So, jetzt nochmal ganz kurz zur Verdeutlichung. Es macht einen Unterschied, ob ich A, X, B oder B, X, A habe. Wenn ich B, X, A habe, dann sieht das ungefähr so aus. Dann habe ich ja hier die 1 und die 2 vorne und die 42.337 habe ich hinten. Das heißt, die Elemente in meiner Menge B, X, A sind 1,42, 2,42, 1,1337 und 2,1337. Das heißt, die Elemente sind anders. Die sind nur dann gleich, wenn wirklich beide Zahlen gleich sind. Das heißt, innerhalb dieser Tupel, die mit den runden Klammern, kommt es auf meine Reihenfolge an. Innerhalb meiner Menge nicht. Und das nochmal hier kurz zur Darstellung, damit ihr es auch mal vergleichen könnt. Die Reihenfolge, wie gesagt, hier kann ich auch umdrehen. Das ist völlig egal. Aber die Reihenfolge innerhalb dieser Tupel, die ist wichtig. Und ja, ich poche da ein bisschen drauf. Das ist wichtig für spätere Definitionen. Das ist wichtig für alles Mögliche. Vielleicht habt ihr übrigens auch schon mal vom kathesischen Koordinatensystem gehört. Das Ding, auf das ihr immer zeichnet, das habt ihr vielleicht in der Schule gemacht. Das ist im Endeffekt ein spezielles kathesisches Produkt. Aber dazu wann anders mehr. Das ist nämlich ein bisschen, sagen wir, komplizierter. Okay, dann war es das von meiner Seite erstmal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.